Typisch Mädchen, typisch Junge. Die SchülerInnen der Klasse 6b der Ganztagsschule Ragun warfen klassische Rollenbilder bei der Berufswahl über Bord. Beim diesjährigen Girls Day Mädchen Zukunftstag und Boys Day Jungen Zukunftstag fanden die Kinder ganz unvoreingenommen heraus, was ihnen liegt und was eben nicht. Ihre persönlichen Eindrücke hielten die jetzigen Siebklässler in kreativen Bildern und Texten fest. Dafür gab es nun beim Klassenwettbewerb den ersten Platz. Der Wettbewerb ist eine Kooperation zwischen den Industrie- und Handelskammern Halle Dessau und Magdeburg und dem Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt. Das Preisgeld in Höhe von 450 Euro überreichte Staatssekretär Jürgen Böhm gemeinsam mit Dr. Simone Danek, Geschäftsführerin aus und Weiterbildung der Industrie- und Handelskammer Halle Dessau. Bildungsstaatssekretär Jürgen Böhm betonte, dieser Wettbewerb zeige, dass wir die jungen Menschen ermutigen sollten, verschiedene Wege zu erkunden und ihre Interessen zu verfolgen, unabhängig von Geschlechtsstereotypen. Die Zukunft gehört denen, die mutig genug sind, ihre eigenen Träume zu verfolgen, so Böhm weiter. IHK-Geschäftsführerin Dr. Simone Danek unter Strich. So können die Jugendlichen über den Tellerrand schauen und fernab vom vermeintlichen Traumberuf auch andere spannende Alternativen für sich entdecken. Der Girls' Day Mädchen Zukunftstag, Boys' Day Jungen Zukunftstag ist ein besonderer Tag der Berufsorientierung. Er wird bundesweit durchgeführt. Mädchen können im Handwerk und in der Industrie sowie in Hochschulen und Forschungseinrichtungen technische und naturwissenschaftliche Berufe kennenlernen. Jungen sind eingeladen, pflegerische, soziale sowie erzieherische Berufe auszuprobieren und damit die eigenen Erfahrungen in diesen Bereichen auszubauen. Seit mehreren Jahren loben die IHK, Halle Dessau und Magdeburg zusammen mit dem Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt einen Wettbewerb aus. Schulklassen sollen ihre Eindrücke aus dem Zukunftstag möglichst originell darstellen. Der nächste Zukunftstag findet am 25. April 2024 statt.